Du kamst, kamst Ich denke, ich kam einfach Damanten verschwenden und so weiter und so fort Auf jeden Fall habe ich hier neun Kleeblätter Und ich würde gerne schon den Stein hier reinpimmeln Also diesen Stein in diese Rüstung Weil das wird mir dann ziemlich viel Rüstung noch dazu bringen Und meine Stats noch mehr Pushen und ich würde mal sagen, wir fangen mal an So Ich habe das geilste jetzt, guck mal, ich habe hier bei den Wie heißt der? Arlekin oder so, ne? Der ganz rechte Ich bin der Erste, der bei denen Gaukelt, der hat noch gar keine aktuelle Gewinne Die Liste ist leer Das ist geil Also ich habe davor noch diese 40er Einmal gemacht und sonst Die Liste ist leer Ob das ne Zeichen ist, alter Mal schauen Ich werde auf jeden Fall erstmal mit 200er gaukeln Und dann schaue ich mal weiter mit Ob ich dann mit 40 gaukel Oder ob mit ein bisschen Gold Ich habe gestern, ach ja, gestern habe ich auch gegaukelt Mit 10 Mal, glaube ich Und ich habe nur 40er eingesetzt Also 40 an der Mann Und ich habe 1000 Gold gewonnen Also 1000 Jackpot, alles klar Ich habe strahlenden Zyanid gewonnen, warum nicht? Ich habe doch gesagt, ist ein Zeichen, alter Einfach ein strahlender Zyanid, dankeschön Jetzt nur noch ein Kleeblatt Kleeblatt Und dann bin ich zufrieden, alter Ja Janis, du kannst ja kurz dein kleines Projekt in Anführungsstrichen Verraten, was du machen willst Und dass du dir auch einen YouTube-Kanal machen willst Oder? Ja genau Ja genau, also Ich bin jetzt gerade momentan dran Mir einen Kanal aufzubauen Und Ja, also da gibt es eigentlich auch nicht zu sagen Lass euch überraschen Was? Habt ihr schon eigentlich einen Namen überlegt? Ja, ich hab schon einen Also So wie ich Ingame heiße Also Janis wird es dann Ja, erstmal Also ich Genau Muss ja nicht Janis LP heißen Hehehe Hehehe Nein, Spaß Genau In dem Fall Ich bin Ich habe gerade 4000 schon verballert Und leider nix Nur den Stein, na man Hm Nicht schön Ich mach einfach jetzt mit Äh Bisschen Gold Mal schauen, ob ich da vielleicht Kann man überhaupt mit Gold auch den Jackpot gewinnen? Ja, ne? Die Steine, oder? Ja, allgemein so Ja, kann man Also 1000 Gold oder Ja, kann man auf jeden Fall Ja Weil ich habe eher gedacht immer so, weißt du Die Chance haben die ja geschrieben ist gleich, ne? Also ich habe irgendwo gelesen, dass man auch egal was man einsetzt Du kriegst weniger Also zum Beispiel bei Essenzen bekommst du dann weniger von den Essenzen, genau Aber Chance auf ein Jackpot ist gleich quasi Dann bekomme ich ja Jackpot nicht 500 Gold Dann bekomme ich auch schon wirklich 1000 Gold, ne? Ja, dann auf jeden Fall, ja Aber ich weiß nicht genau wie das ist Okay Ja, mal schauen Und die Steine brauche ich Die Seelensteine, weil ich mache ab und zu mal mit ein paar Noobs Ähm Events und so weiter, die muss ich mal schon wiederbeleben Alter, ich hatte mal 100 Steine davon, ne? Und nach Dragan Event hatte ich keine mehr Dragan Event hat mir alle Steine weggeraubt, Alter Ich musste einfach, keine Ahnung, ständig jemanden bei dem Dragan wiederbeleben Krass, ey Ich habe bestimmt schon 100.000 Adamant für Steine ausgegeben Ach, welche Steine? Seelensteine Deswegen habe ich jetzt gesagt, deswegen habe ich jetzt gesagt Ja, oder ich weiß nicht, 30.000 mindestens Ach du Scheiße, Alter Ich will Also, deswegen habe ich jetzt gesagt, ich heb jetzt nicht mehr so viele Leute auf Nee Und wenn irgendjemand, wenn ich irgendjemand durchziehe, dann muss er Premium haben oder er hat halt Pech gehabt Ja, das ist auch normal, Alter, weil krass So viel, ey, dann, oha Schon ein bisschen OP, ey Ey, kann das sein, dass ab 0 Uhr alle Gaukler sich resetten oder so? Normal schon, weil die Zonen, die Zonen sind ja normal Weißt du, wie ich meine? Nee Weil in den Zonen wird ja normal immer gegaukelt Und wenn das sich resetet, dann ist halt neu, aber Das kann ja sein, dass vor 10 Stunden zum Beispiel einer in der Zone gegaukelt hat, weißt du, wie ich meine? Ja, ja, aber ich meine ab 12 Uhr, verstehst du? Dann ab 12 Uhr ist quasi alles von 9 Wahrscheinlich von 9 Okay Weil ich habe gerade hier wieder einen gehabt, der hatte nur so die halbe Liste voll Ey, komm, ich will einen scheiß Jackpot, beziehungsweise einen Kleeblatt, Alter Ich brauche nicht mal einen Jackpot, ich brauche einen fucking Kleeblatt, ey Ich habe jetzt schon, keine Ahnung, ungefähr 7000 verballert Ja Hast bekommen Kleeblatt Digger Glückwunsch, Alter Ohne Wiss, genau das, was ich wollte, ey Weißt du, das ist... Oh, danke Drackensankt Gott, ey Ich glaube so oder so nicht an Gott, aber an Drackensankt Gott glaube ich, ey Dankeschön Auf jeden Fall, wir gönnen uns so vor den schönen Steinchen hier Äh, soll ich wirklich? Ja, ne? Rüstungsstein Oder? Ja, auf jeden Fall Rüstungsstein Ja, ja, ja Boah, ich will diesen fieseligen Schildträger, das ist richtig geil Egal Kleine Welte, Rüstungsverhärtung, easy peasy Perfekto Habe ich den bekommen? Habe ich den bekommen? Ja, ich habe den bekommen Perfekto Ich bin am Ziel angekommen So, äh, jetzt heißt es... Oh, ich habe sogar einen Stein bekommen, stimmt Ich muss hier dann irgendwas zusammenpimmeln, damit ich Platz in dem... Ach, weißt du was, ich gaukele weiter erstmal Mal schauen Irgendwie richtig Vielleicht bekommst du ja noch einen Stein direkt Jo, das wäre richtig OP, Alter Noch einen Rüstungsstein, krass Ich habe bis jetzt... Ich habe eigentlich ziemlich oft gegaukelt, ne? Und bis jetzt habe ich wirklich keinen Stein bekommen Also so ein... ne? Stehst du, was ich meine? Ich habe einmal einen Run Speed Stein bekommen Ich habe aber nur einmal gegaukelt So richtig meinst du? So mit 50.000? Einmal mit 100.000, ja So, okay Ja, ich habe glaube ich echt schon mehr als 100.000 vergaukelt Sogar mehr als 100.000 Ich meine, mein drittes oder viertes DSO Video war schon mit 50.000 vergaukelt Also ist schon ein bisschen OP So, ich werde jetzt so oft die Dings wechseln, bis ich wieder einen finde, der... Lol, da hat einer mit 5 Gold... äh... mit 1 Gold gegaukelt und hat 5 Adamanten bekommen Alles klar Egal, ich mache einfach hier weiter Noch 5.000 haben wir Ich mache vielleicht noch so Pipapo 3.000 Vielleicht sogar mit 40 Mal schauen Habe ich... ich habe jetzt gar nicht gemerkt Habe ich mit 40 Kleeblatt bekommen oder... ne? Ich muss nachher im Video nachschauen Weil ich glaube ich habe mit 40... hm... mal schauen werde ich gleich gucken Was machst du denn jetzt? Ich... ich mache Q1 Also stimmt ja immer noch... mit dem... warte, wie heißt es nochmal? I'm... äh... I'm... ne... Too nice for you Too nice for you, I'm sweet for you Wollte ich schon sagen Ja Too nice for you Gucken wir sind rausgegangen aus unserem Gelder Habe ich nicht gesagt Nein Komm Noch ein Jackpot und dann bin ich ziemlich zufrieden, Alter Ja Ja Ein scheiß... Kaboom-Bombe, ey Das ist das, was ich brauche Auf jeden Fall Dinger Vielleicht werde ich ja noch ein 100er reinpillen Man weiß ja nie Ich habe gestern meinen Lohn bekommen Hehehehe Mal schauen, wie lustig ich drauf werde Am Silvestern einfach nur so ein 100er wieder reinpillen Maaaaaaah Maaaaaaah Direkt wenn Lohn drauf ist, komplettes Geld ausgeben Ja warum nicht? Was? Also... ne? 100er ist... äh... Oh... 500er Dann ist schön Das kann noch ein bisschen gaukeln Komm Noch zweimal reinballern Äh... nix Oh... Alles klar Kann ich ja nochmal Und noch zweimal Komm, gib mir... Was? Nix Gut Mach ich mir jetzt weiter Ähm... Ich mach immer, damit ich... 1000 Gold übrig habe Der Rest kann ich vergaukeln Mal schauen, vielleicht eben noch Vielleicht hab ich ja noch mehr Glück Mit Gold oder so Soll ich mal 1000 Gold mit 1 Gold vergaukeln? Einfach 1000 mal 1 Gold reinsetzen? Kannst du machen Vielleicht bekommst du ja den 1000 Gold Checkpoint nochmal Boah Ich... Hast du 1000 Gold oder wie? Jaja, ich hab 1000 Gold Ich hab ne richtig geile Idee, ey Ich werde... Ein Video machen Wo ich einfach so äh... Richtig schnell Also... Ne? So so so... Vorspule quasi Immer so in Speed von... Zwei... Mal oder so mache Und dann nur mit 1 Gold Dann werde ich nur 1 Gold reinsetzen Mal schauen, was ich da raus bekomm Ob das sich überhaupt wirklich lohnt oder nicht Boah, ist ne richtig geile Idee Leute, schreibt mal in die Kommentare Ob ihr Bock auf sowas habt Einfach nur 1000 Gold Das heißt, ich muss 1000 mal Diese scheiß... Dings Booms da drauf ziehen Krass Ich hab richtig Bock drauf Ich hab richtig Bock drauf, ey Werde ich machen nachher Schreibt einfach, wenn ihr Bock habt Schreibt Hashtag ich hab Bock So Ich hab jetzt genau 1000 an der Wand Und genau 1... Also fast genau Und 1000 Gold Meine Ausbeute Joa Könnte besser sein Aber sehr viele... Äh... Essenzenzerstörung, ey Das ist krass Das ist das was ich... Oha Ich hatte glaube ich 3000 Jetzt hab ich 9000 Das ist auf jeden Fall nicht schlecht Und... Und... Die beiden Steine Richtig geil So Leute Ich bin jetzt erstmal fertig Mit dem Gaukeln Ich hoffe das hat euch gefallen Wenn ja dann wisst ihr bescheid Einfach Daumen nach oben Und so weiter und so fort Und ich will mal sagen Haut rein und viel Spaß Bis zum nächsten Mal